Der Skipper sagt, bringe ihn in. Gehe die Hacks auf unsere Backen für ein bisschen. Schau bei mir. Also, es ist nicht der Wehrwürfkiller, nachher. Schön, dass du zu deinen Sensenstern kommst. Ich habe immer gesagt, die Beweise funktioniert. Ich habe nur eine Konnexion mit dem BD-Killer als eine Avenue der Investigation, die wir offen lassen sollten. Und so wie ich bin, ist es immer noch so. Ganz ehrlich, ich fühle mich hier wie in einem interaktiven Film. Aber einem richtig guten, aber einen wirklich verdammt guten Krimi-Thriller. Wow, das wollte ich jetzt nicht. Ja, wer ist es? LAPD. Du bist in der Arrest für den Mörder von deine Frau, Selene Henrich. Mörder? Selene? Sie haben die Dramatik für RKO, Pau. Du hast ein größeres Problems. Was? Du bist hier? Du bist hier? Du bist hier? Du bist hier? Selene ist... Take a seat, Mr Henry. We're gonna have a look around. Then talk. Jesus... I'm sorry. I'm sorry. Sieht recht verpackt aus, wenn ich mal das so... sagen darf. Lüge. Ah ja? Der sieht etwas nervös aus. Dann lassen wir die fallen. Was, 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 was war nochmal die Frage? Moment. Bewegungen des Opfers. Also, wer hätte Selene töten? Wo ging sie letzte Nacht, Jacob? Eine Bar, ich glaube. Schau, ich weiß nicht. Okay, zweifeln wir das mal an. Scheibenkleister, Mann! Das darf doch nicht wahr sein! Danke, Jacob. Selene war eine der ersten Mädchen Piloten. Sie... ...hunger mit... ...movie stars... ... und Royalty. ... ... ... ... ... ... ... ... Die Frau ist hier broke und kämpft. Sie hat eine Mechaniker. Sie hat eine Rüfte über die Hände, mit dem Essen auf der Tafel. Nicht glamourisch, aber das beste ich konnte. Ich bin nicht schade über das. Wenn du letzte Mal gesehen hast, Herr Henrich? Last Nacht. Ich ging zu sehen, wir gesprochen. Things... Das stimmt, aber nicht so ganz. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist eine Lüge. Eheprobleme! Eheprobleme! Das ist doch jetzt wirklich der perfekte Beweis dafür. Was? Gott, bin ich schlecht. Warum hast du sie töten, Jacob? Dinge werden besser gehen, wenn du sie wegkriegst. Das ist eine lösliche Sache, zu sagen. Ich habe nie... ... auf meine Wälder. ... Super. Könnte man nicht einfach... Ach, das ist doch wieder zum Kotzen. ... anzweifeln. Ach man, schon wieder falsch. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Sie versuchte mich mit einer Friesen-Pan. Ich... ... hatte sie zu spüren. Understandable. Also... ... ... ... Das darf doch nicht wahr sein. Oha. Wie, wie, Gott, was aber... Ah. Hallo? Ich bin ein bisschen aus der Übung. Sag mal, hallo? Sag mal... What the fuck? Augenblick, Freunde, das haben wir gleich. So, und weiter geht's. Und da bin ich down. Oder auch nicht. Sag mal, drückst du mal auf die Ecke? Ähm, ja, geil. Ähm, eben hat mein... hat Ava Media Center gerade angezeigt, dass ich out of range wäre. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Könntest du mal... Wie ging das doch mal, ey? Ja, du sollst dich im Kreis drehen. Das... Sag mal, hallo? Ich hab's doch eben gesch... Sag mal... Hallo? Das darf doch nicht wahr sein. Also, so kann ich mich schon mal... Das darf doch nicht wahr sein. Normalerweise bin ich doch immer derjenige, der austeilt. We're still gonna need you. Ah, mit X geht das jetzt. Also, ich muss anvisieren und... Ja... Jawoll, und... Ja... Und Fetty lag am Boden, hat wieder nichts gemacht. Das ist ja ein Telefon in der Nähe. Ah, meine Fresse. Operator, gib mir Dispatch. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Phelps, 1247. Wie kann ich helfen, Detective? Ich brauche, ein Unit zu transportieren, ein Suspekt zurück zu Central. Natürlich, Detective. Ich habe ein Zeichen von dem Coroner. Willst du mich beantreifend? Ja, ma'am. Herr Rathaus. Es ist Felps. Ich habe die Autopsy gemacht. Einige Wundungen zu den Händen von einer Blunt-Metal-Instrument. Die Closeste matche wäre eine Socke...